Ja, ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau am 15.04.2023. Tja, ich kann es wirklich nicht glauben. Ich kann es auch nicht verifizieren oder falsifizieren. Das kann ich in beiden Fällen nicht. Aber wenn es dann so ist, dass ich die Eltern der ermordeten Luise dahingehend geäußert haben soll, nennen, glauben Sie mir, wir fühlen keinen Hass. Dann würde ich auch sagen, komische Reaktion. Hass ist was Emotionales und es wäre mehr als normal nach diesem brutalen Mod, dass die Eltern da Hassgefühle haben. Alles andere ist irgendwie sehr, sehr komisch, sehr, sehr seltsam. Aber nicht nur darum geht es, ihr seid es ja gewohnt. VK, Bitsch, Odysee oder Rambl und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.